Oh, Scully hat seinen Speed verloren. Hat eigentlich keiner mehr Silvekasten, oder? Ja. Doch, Eiver. Ich glaube, die hat auch am meisten Medizin. Fazit mal Scully und Beta. Gut. Ja. Okay. Jetzt ist das Kostom, umso schnell. Hä? Geht ihr ab? Ja. Wo ist der letzte Gegner von dem nochmal? Wird gemacht. Okay. Alright. Da ist er. Entdeckt. Okay, dann quetschen wir die Papierklingen aus. Ja. Scully, schnapp ihn dir! Mit deinem Katana! Nice, er kann ich noch erreichen. Oder auch nicht. Nice. Was ist das denn? Was ist das? Voll die komisch verkrüppelte AK. Ah, sehr schön. Eine Miliz wurde befördert. Das war ja nicht so schlecht. Oh ja. Einige Mörsergranaten. Das ist nice. Montan-Set, sehr gut. Sehr nice. Ein paar Talons. Er kann noch einen Talon gebrauchen. Eta hat einen, Gas hat einen. Aiwak, kann er einen benutzen? Nee. Raven? Auch nicht. T-T-Selbe Waffe. Ronaille. Er kann es auch nicht benutzen. Ich weiß mal, er kann es auch nicht benutzen. Schade. Aiwak, die Granaten kann ich benutzen. Ich habe auch gehört dazu. Beta. Der. Wenn man die Kampftasche tue, den geht weg. Die Schlüssel kannst du einstecken. Ach. Noch ein Putzlappen. Talon-Set nehme ich mit. Die Position nehme ich mit. Der Mörser hat zu schlecht im Zustand. Die eine Granate da auch. Die werde ich trotzdem mitnehmen. Später. Gut. Ähm. Er hat irgendwann noch keine Bolzen und Feder eingebohrt. Ja. 3 Uhr. Ich denke mal, was er hier auch anbauen kann. Ich nehme das Ding erstmal mit. ach so ich hab gar kein gegenteil dafür doch da hallo stammt so gut und wodka gibt es ja auch ich kann auch noch einen molltoff cocktail basteln so auch peter kann ein garnetchen gebraucht geradezu viel zu tragen weg und rakete weg gas kann ich noch mehr granaten tragen dann kriegt sie den rest so jetzt kann ich noch scully mit granaden ausrüsten äh nicht mit der waffe mit granaden scully hat doch eine kampf tasche ich wusste es auch so schön sehr viel munition für die waffen von wägen und dings bei dem eyer und gaston ist gut zack Okay, lass den Rest erstmal hier liegen. Geht ja nicht verloren, hoffe ich zumindest. Ah ja, die ist auch noch nicht so. Zack. Wie schade, dass mir Bobby Ways nichts mehr liefert. Guck ich denn jetzt an ausklappbare Kolben? Kann man Bobby Ways hier bestellen, was ich will, die liefen mir nichts mehr. Ah, eine Bundeswehrweste. Hm. Okay. 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 Okay, jetzt haben sie eh nicht nur ein Angebot. Haben die denn für schwere Waffen? Okay. 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 Ist klar. Ähm. Ja. Gehen wir in den nächsten Sektor, aber diesmal ohne Minutes. Ist gut. Nein. Wir haben Besuch. Jetzt kümmere ich mich alleine drum. Okay. Gehen einfach ins Erstbeste raus und verschanzen uns da. Ja. 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 Ah super. Natürlich ist es abgeschlossen. Ja. 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 In Position. Ja. 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 Komm schon. Kommt schon, komm raus Komm nicht Na gut, ich gehe Gaston und Raven los, um die Ost-Zuräufer zu fahren Sehr gut, Targets sind immer gut Hinlegen Was war das? Gute Frage Ja Mann, hält der viel aus Sechs Kugeln heute ausgehalten Ich hab da was Merkwürdiges gehört Mann, ihr seid echt gut im Granatenschmeißen Ich zittert schon total vor Angst Ich hab die bessere Position Ich kann mich nämlich immer, nachdem ich schieße, einfach hinlegen Mit der Deckung Schießt mir in den Kopf, machst's, bringt's zu Ende Oder auch nicht Nice Streifschuss am Kopf Oh ja Das ist Shit Nice, oder auch nicht Bam, Headshot Ich hab das Geil Wie geil ist das? Was? Ja Pass auf, ich hab da eine Leuchtgranate Ne? Genau Die werde ich jetzt einsetzen Jetzt hätte ich euch noch besser Ich brauch doch mal Verstärkung, warte mal Gaston, komm mal hin Brauch dich Kill him Sehr gut Ja Daneben Ja Ähm Ich hab mal eine Tränengasgranate Auf den Typen Nice Mit der Tränengasgranate gekillt Asche zu Asche Noch hinlegen Ja 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 Okay, Scully und Raven Ja 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 Okay Er hat gemacht Da ist was Ja, super Okay Könnte nützlich sein Oh, eine Trätschere, das könnte sogar echt nützlich sein Steck die mal ein Ich hab's Ja Ja Das ist die Frage, wo sind die Gegner Ich stelle mich mal auf, wenn drei Mann Trupps Drei Mann da, drei Mann nach oben Wie ist es der alte Gast so langsam, okay, der ist alt Dann kunst du mal einliegen Dann kunst du mal einliegen Das ist ja Das soll ich sein Ja Okay Ich hab's gemacht Ich bin ein bisschen Halt und Sieg mit denen Okay Lalalala Wo seid ihr? Okay Hab etwas gehört Okay, zurück in das Haus Ich hab's gemacht Okay 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 Ja Die Armee Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden Da sind sie Ja Lassen wir sie kommen Ja Genau damit hab ich gerechnet Ja 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 Jetzt wird es nun völlig gechillt Ja 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 Es ist ein Lamm, ein Lamm. Nichts! Nichts! Okay. Nichts! Hier, Sir! Ähm, naja. Dann mach ich hier erstmal einen Cut. Oder machen wir beim nächsten Mal weiter. Äh, nehm ich Pause. Ja, ähm, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hab etwas gehört! Tschüss!